hallo leute willkommen zu einem neuen video und herzlich willkommen im winterlager bei meinen eltern wir widmen uns heute bei einem motorrad mein motorrad ist wieder da was mir ehrlich gesagt ein bisschen peinlich ist wie es aussieht ich dachte ich hätte es irgendwie noch mal sauber gemacht bevor ich es in den wetterschlaf gegeben habe ihr wisst was dann jetzt erstmal auf dem plan steht und zwar absolut frühlingsputz also das ist ein absolutes muss aber so freunde der sonne so habe ich mir mein erstes motorrad von diesem ja nicht vorgestellt oh nein ich glaube zum einen könnte es tatsächlich sein dass mein ölstand etwas wenig ist das wollte ich eigentlich letztes jahr auch noch kontrollieren lassen ja und meine batterie ist tot schöner schöner sheet oh ne das ist das bringt ja jetzt auch nichts ich will jetzt hier nicht ist ja die frage ob man das hinbekommt die batterie aufzuladen oder man sich doch noch eine komplett neue kaufen muss oh bibi wieso tust du das hm ich das so gern was soll ich sagen ne das ist jetzt nicht so neu okay wir können ja noch mal gucken ob das jetzt funktioniert nein das war fast das war fast ja man ja man wooo woooooo meine maschine läuft wieder jaaa die beiden haben mich angeschoben richtig nice ich muss erstmal meine spiegel richtig einstellen jetzt hier auf der ersten fahrt so ich glaube schon ja frühlingsputz meine maschine läuft endlich wieder richtig geil aber irgendwie blinkt die Öllampe und ich weiß nicht genau warum Ölstand haben wir eben gerade einmal kontrolliert es heißt der ebenfalls da fische thür神 20 20 20 20 20 20 30 Bis zum nächsten Mal.